Willkommen bei Windel TV. Dieser Kanal zeigt dir Tests und Vlogs mit verschiedenen Windeln. Er ist für alle die Windeln tragen, egal aus welchem Grund. In diesem Video teste ich die Crinkles Windel, das haben sich einige von euch gewünscht. Die Verpackung der Crinkles ist sehr auffällig bedruckt mit bunten Motiven. Das Bärchen ist das Maskottchen der Marke und überall zu finden, auf der Packung und auf den Windeln selbst. Das schauen wir uns gleich noch an. In jedem Paket sind 15 Stück drin. Das liegt daran, dass es dickere Windeln sind. Eine Besonderheit bei Crinkles ist, es gibt verschiedene Arten der Windel. Die klassischen habt ihr eben gesehen. Zusätzlich gibt es Astronaut. Das Bärchen ist dort im Weltall unterwegs. Und Aquanaut im Meer. Ob und worin die sich unterscheiden, werde ich nachher noch selbst ausprobieren. Egal welches Motiv die Packungen sind sehr auffällig. Wem Diskretion wichtig ist, der sollte daher immer darauf achten, eine Umverpackung zu haben. Sonst sieht man sehr schnell die bunten Windeln. Ihr kennt jetzt die Packungen und als nächstes werden wir sie einmal aufmachen, um zu sehen, wie die Windeln aussehen. Danach der Praxistest. Ich schaue mal in die Packung der Astronaut-Windeln hinein. Die finde ich optisch am spannendsten. Tipp, ich würde sie unten aufmachen statt oben. Ist leichter und man kann die Windeln besser rausnehmen. Die Packung ist gut gefüllt. Mehr als 15 Windeln würden nicht reinpassen, ohne sie größer zu machen. Wer schon mal andere, dünnere Windeln hatte, merkt, dass die Krinklitz ein gutes Stück dicker aussehen. Und sie sind kunterbunt bedruckt, wie man es eher von Kinderwindeln kennt. Überall sieht man Bilder des Bären. Hinten, vorne und sogar die Seiten sind bunt. Jetzt zeige ich euch noch die anderen Windeln. Also die klassischen, von denen ich ganz am Anfang nur die Packung gezeigt habe. Sie sind genauso dick. Wenn man die Packung oben aufmacht, bekommt man sie schwer heraus, weil sie sehr eng nebeneinander gedrückt sind. Bei den normalen sind noch viele gelbe Sterne auf der Windel. Damit ihr es besser vergleichen könnt, halte ich mal beiden nebeneinander. Keine fühlt sich dicker oder dünner an als die andere und das sieht man auch, wenn man sie übereinander legt. Die Aquanaut habe ich leider gerade nicht. Aber ich habe sie vor einer Weile auch schon probiert und auf sie trifft das auch zu. Die ich nenne es mal Basiswindel der Krinklitz ist sehr ähnlich wie die Better Dry. Die Better Dry habe ich auch schon getestet, falls es euch interessiert. Bevor ich zum Praxistest komme möchte ich euch noch die normalen Krinklitz zeigen, also wie eine einzelne Windel ausgepackt und geöffnet aussieht. Die Kleber fallen auf. Sie sind sehr groß und breit. Das verspricht, dass die Windel sehr gut klebt und sich die Kleber nicht lösen wie ich es leider schon bei manchen Windeln erlebt habe. Die Bündchen sind sehr hoch. So groß sind sie bei kaum einer Windel. Finde ich gut. Das schützt vor dem Auslaufen. Das möchte man ja bei keiner Windel erleben. Leider sind andere Windeln nicht so dicht. Seid ihr auch so gespannt auf den Praxistest? Ich teste zuerst die klassische Krinklitz. Am besten faltet man sie in der Mitte und rollt sie etwas, dann ist die Passform besser. Ansonsten dauert es ein bisschen bis sie perfekt passt. Die Kleber sind wirklich mächtig. Man muss aufpassen, wohin man sie klebt, weil man sie nicht mehr abbekommt. Ein kleiner Nachteil, die Kleber lassen sich nur einmal auf die Windel kleben. Über die blauen kann man sie ein einziges Mal lösen und neu kleben. Dann reißt die Windel beim Ausziehen aber leicht auf und man hat dann keine Kleber mehr zum sie verschließen. Hat man die Windel angezogen fühlt man sich sehr gut eingepackt. Die Krinklitz ist dick aber nicht störend dick, wie ich es bisher bei einer anderen Windel gemerkt habe. Man kann sie sogar unter einer Jeanshose tragen ohne dass es auffällt. Man kann es nur erahnen wenn das Plastik heraus steht oder man eine sehr eng anliegende Hose hat. Ansonsten fällt es nicht auf obwohl sie so dick ist. Das Saugpolster ist nicht hohe hinten verstärkt, sondern vorne und hinten was ich gut finde, da so auch Flüssigkeit aufgesaugt wird und das überall. Bequem ist die Krinklitz. Aber kann sie auch den Praxistest bestehen und hält trocken? Das werde ich mit beiden Windeln ausprobieren. Erst kommt die normale dran. Wie immer werde ich keine komischen Labortests machen und Wasserbecher verschütten. Sondern ich mache meinen Praxistest bei dem ich die Windel voll mache wenn ich dringend muss. Also genauso wie es ein Windelträger auch machen würde. Die Kleber halten übrigens sehr gut auch wenn ich daran ziehe löst sich nichts. Jetzt muss ich dringend auf die Toilette und bin gespannt ob die Windel damit klarkommt. Anders als in Labortests verteilt sich nämlich die Flüssigkeit nicht automatisch. Sondern sie fließt an einer Stelle in die Windel und die Windel muss sie selbst verteilen. Bei dünneren Pampers ist das oft das Problem. Deswegen laufen sie aus. Da die Windel weiß ist kann man übrigens von außen gut sehen ob sie nass oder trocken ist. Zusätzlich verfärbt sich der Aufdruck vorne etwas wie ihr unten ungefähr in der Mitte sehen könnt. Die Flüssigkeit verteilt sich super. Beobachtet mal wie der Urin nach unten fließt aber sich in der Windel trotzdem nach oben in Richtung der Kleber verteilt. Das ist sehr gut. Dieser obere Bereich bleibt leider bei manchen Windeln wenig oder überhaupt nicht genutzt. Im Inneren steht die Flüssigkeit nicht. Es fühlt sich also nicht an als würde man in einer klatschnassen Windel sitzen. Das ist nur kurz am Anfang bis es sich verteilt. Obwohl jetzt relativ viel Urin in der Windel ist hat es nirgends getropft. Die Seitenbündchen halten alles zurück bis es sich verteilt hat. Auch wenn man außen an die Windel fasst ist alles trocken. Nirgendwo ist auch nur ein Tropfen rausgekommen. Man fühlt dass die Windel vorne voll ist aber das ist sie nur bis auf etwa halbe Schrittlänge. Dahinter und am Po ist sie komplett trocken. Mindestens ein zweites Mal könnte man noch in die Windel machen, bevor sie langsam an ihr Limit kommt und auslaufen könnte. Beim Urin ist es jetzt natürlich am besten, wenn man liegen würde. Dann könnte sie sogar noch dreimal reinmachen aushalten. Die normale Crinkles hat mich mit einer guten Saugleistung überzeugt. Aber wie ist die Astronaut? Mit ihr mache ich den gleichen Test, sie passt auch gut und hat die gleichen mächtigen Kleber. Die Kleber sind mir noch nie abgerissen selbst wenn die Windel sehr voll und schwer geworden ist. Auch hier sollte man die Windel etwas kneten damit sie besser passt weil sie in der Packung doch recht eng zusammengedrückt wird. Nachdem sie sitzt ist sie genauso dick und bequem wie die andere Crinkles. Sie ist auch nicht größer oder kleiner sondern geht auch hinten weit nach oben und verhindert damit Auslaufen am Po. Wenn man die Windel etwas enger anlegt ist es auch kein so großes Problem die Kleber nicht mehrmals öffnen zu können. Braucht aber etwas Übung. Und man sollte die Windel gut nach oben ziehen sonst könnte auch diese auslaufen wenn sie zu locker ist. Hier auch der Klebertest. Es macht den Kleber nichts aus wenn man daran zieht. Nach dem Ankleben am besten einmal auf den Kleber drücken damit er auch wirklich überall klebt ist zu empfehlen. In beiden Windeln fühlt man sich gut und sicher eingepackt. Ich kontrolliere nochmal ob die Windel gut sitzt und dann kann es auch schon losgehen mit dem Test. Bei dieser Windel hat man die Sicherheit es bedenkenlos laufen lassen zu können da sich alles super verteilt und man keine Angst haben muss. Irgendwo auszulaufen. Einen Unterschied konnte ich zwischen den verschiedenen Arten der Krinkels nicht bemerken. Alle sind sehr saugfähig und laufen nicht aus wenn man sie richtig anlegt. Man kann sich danach sogar hinsetzen ohne dass etwas passiert. Es ist also eine Geschmacksfrage ob man lieber die klassischen Krinkels tragen möchte oder Aquanaut oder die Astronaut. Preislich sind die gleich oder sehr nah beieinander. Man zahlt in einer Packung mit 15 Windeln ungefähr 1,40 Euro pro Stück. Mein Eindruck ist positiv. Die Krinkels kann ich als saugstarke dicke Windel empfehlen wenn man keine langweilige weiße Windel haben möchte sondern lieber bunte Bilder. Hier hat man sogar die Auswahl zwischen drei Arten. Der Preis ist okay aber für die Bilder zahlt man etwas mehr. Wer sehr aufs Geld achten muss kann die BetterDry testen. Sie ist ähnlich gut wie die Krinkels aber ohne Druck und dafür ein wenig billiger. Man spart ungefähr 18 Cent pro Windel wenn man BetterDry statt Krinkels kauft.